Stendaler Straße Hallo meine Damen und Herren, heute Morgen, 30. November 2017 ich zeige euch, wie wir zum Ostpalast kommen in Uebestfelde. Jetzt sind wir in der Stendaler Straße. Die Stendaler Straße kann man sehr schnell finden mit dem GPS. Ich zeige euch. Das ist die Stendaler Straße. Und dann Sie kommen zum Netto. Und dann wir gehen. Es ist nicht so kompliziert, aber es ist ein bisschen hier. Die Stendaler Straße ist ein bisschen in da. Sie passen den Netto. Und Sie gehen, auf der Stendaler Straße. Und die erste Möglichkeit, um zu drehen, um zu drehen, um zu drehen. Da ist ein Ort, um zu verkaufen, um zu drehen, um zu drehen. Und da ist ein bisschen schädig, ein bisschen schädig. Und hier müssen wir um zu drehen. Aber bevor das, ich zeige euch aus der anderen Richtung. Friedensplast. Und da ist ein Ort. Und da ist ein Autohaus, Övestfelde. Von dieser Richtung. Dann Caravan, Camping, Friedensplast. Feldensplast. Und da ist ein Ort. Und da ist ein Und wieder auf der anderen Seite der Straße, sieht man die schädig. Und vor dem, vor dem, wir drehen. Das ist Stendalerstrasse. Das ist Von Stendalerstrasse wir entdecken in diese kleine almost no-name Straße. Friedensplast. 25B. Das führt zu woher. Und woher wenn du musst. Es nur die schädig. Aber dann da ist ein kleines Sign. Friedensplast. 25B. Und hier auf dieser kleinen Cross müssen wir nach rechts Auf dieser Straße steht Privatweg. eine große private Straße. Das ist der erste kleine Gebäude. Gebäude von Maharschis Tappatjavid. Das ist über Gebäude und die Natur der ist. die aus. Die die sind die 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 sind Und hier ist der größte Gebäude, der Westfälder Peace-Palast. Da ist ein Parking-Lot hinter dem Gebäude, ein wenig roundabout. Hier ist der Front of the building, und hier ist der Peace-Palast. Hier ist mein Raum. Ein wenig roundabout. Hier ist es ein Parking-Lot. Hier ist es ein Parking-Lot. Hier ist es ein Parking-Lot. Und hier ist es, dann geht's zur Hauptgäte, und die Fragen. Vielen Dank!